Liebe Aphisika, du bist jetzt zweiten Tag in der Ausbildung und sag mal, wie gefällt dir das? Es ist toll, es ist toll. So weiß ich, dass ich meine Zeit gut einsetze, also dass ich etwas für mein Körper-Tour, für mein Wohlbefinden und ich kann dann auch die Übungen zu Hause wiederholen. Es ist eine super Investition, ich bin froh. Stopp! Und wir wahrnehmen, wo sind wir alle mit dem Schwerpunkt, sind wir alle auf der gleichen Ebene oder Unterschiede. Und im nächsten Durchsatz setzt ihr jetzt immer wieder selbst die Stopps und sobald ein Stoppt, stoppen alle anderen auf. Bis zum nächsten Mal. Wie hat es dir gefällt? Mega schön, mega spannend. Wie hat es dir gefällt bis jetzt? Es hat mir sehr gut gefällt bis jetzt. Es ist intensiv, aber es tut gut, in die Körper zu arbeiten und in die Körper zu sein. Es ist sehr schön. Ich habe mir sehr viele Dinge zu看看. Ich habe einiges, musst du sagen. Ich habe einiges, musst du deinen Geist machen. Es ist immer leit, musst du dich, einiges zu versen. Das ist einfach einiges zu schädeln. Ich möchte dich, dass es sich in der Nähe des Gäste. Und ich habe dich, dass es mir besser ist. Ich komme in der Nähe des Gäste.